Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 22. Januar. Heute haben wir dabei WhatsApp, Google, Spotify und Tesla. Beginnen tun wir mit WhatsApp. Die beschäftigen sich ja jetzt schon länger mit dem Thema Weiterleitung von Nachrichten. Mittlerweile wird das ja gekennzeichnet und in Indien wurde auch getestet, dieses zu beschränken und zwar auf maximal fünf Kontakte. So sollen Falschnachrichten eingedämmt werden und das war anscheinend erfolgreich und wird jetzt weltweit ausgerollt. Ein paar Nutzer haben es wohl schon bekommen, die anderen noch nicht. Aber richtet euch dann schon mal ein, dass ihr Nachrichten nur noch an fünf Adressaten verschicken könnt. Ich freue mich drauf und hoffe damit weniger von lustigen Fotos, PowerPoints zu bekommen. Anderes Thema. Google. Die haben jetzt in Frankreich eine ordentliche Geldstrafe bekommen und zwar 50 Millionen Euro. Und zwar wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung, also DSGVO. Das erste Mal maximal ausgelotet, also die maximale Sanktionsgrenze von 50 Millionen. Bei Google muss man wohl auch in die Vollen gehen. 50 Millionen wird die jetzt, ja, nicht unbedingt nicht jucken, aber das können die zur Not auch verkraften und aussitzen. Naja, jedenfalls hat der entsprechende Ausschuss der CNIL, das ist die Nationale Datenschutzkommission in Frankreich, diverse Sachen bemängelt und sogar dafür so eine Art Sonderkommission eingerichtet, um die ganzen Einwürfe zu prüfen. Jetzt warten wir mal ab, wie Google reagieren wird und ob es dann Änderungen geben wird. Änderungen wird es auf jeden Fall bei Spotify geben, denn es wird die Möglichkeit eingeführt, einen Künstler zu blockieren. Sprich, wenn man Künstler gar nicht mag und die auch nicht in zufällig zusammengestellten Playlisten haben möchte, dann kann man das jetzt demnächst verhindern. Und vor, glaube ich, zwei Jahren hat Spotify noch gesagt, sowas werden sie auf keinen Fall einführen. Und jetzt haben es wohl schon die ersten Nutzer in der iOS-Version von Spotify angezeigt bekommen. Und damit ist die Kiste wohl durch. Es wird jetzt ausgerollt und dann kann man blockieren, wen man nicht hören möchte. Finde ich prinzipiell eine nette Sache, denn auch mir gefällt nicht alles auf Spotify. Und letztes Thema für heute, Tesla. Es vergeht ja keine Woche ohne Tesla, das wissen wir ja hier im Daily. Und jetzt hat das Model 3 endlich die Straßenzulassung für Europa bekommen. Die stand nämlich noch aus und war ganz wichtig, denn es ist wohl schon ein Container mit diversen Model 3s auf dem Wege nach Europa und soll am 2. Februar ankommen und dann kann der Wagen in Europa endlich ausgeliefert werden an die Vorbesteller. Und logischerweise müssen die eine Straßenzulassung haben, sonst können die damit gar nicht fahren. Dann haben sie ein Auto, was sie sich in eine Gerade stellen können. Ja, da war es jetzt soweit. Und wir sind dann gespannt, was die ersten Vorbesteller zu sagen haben, wenn sie dann die Model 3 bekommen und fahren. Und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Dienstag und bleibt positiv. Und wir hören uns morgen dann wieder, hoffe ich. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.